Erleichterung in Brüssel. Frankreich hat bei den Wahlen am vergangenen Sonntag keinen Rechtsruck erlebt. Das Linksbündnis Neue Volksfront hat die meisten Sitze im Parlament erhalten, gefolgt von Macrons Ensemble. Das rechtsextreme Rassemblement National kam auf den dritten Platz. Emmanuel Macron könnte sich so aus der Innenpolitik zurückziehen, dürfte aber seinen Einfluss in Brüssel behalten. Bestimmte Aspekte des Programms der neuen Volksfront, wie die Rente mit 60 und die Anhebung des Mindestlohns auf 1.600 Euro, beunruhigen einige in Brüssel. Diese Maßnahmen könnten den europäischen Verträgen zuwiderlaufen, die das öffentliche Defizit eines Mitgliedstaates auf 3% seines Bruttoinlandprodukts begrenzen. In der internationalen Politik sollte Frankreichs Unterstützung für die Ukraine unter einer linken Regierung nicht infrage gestellt werden. Macron muss seine Äußerungen über die Entsendung von Truppen möglicherweise abmildern, so der Experte. L'EPS, und ich denke, die Frage der Raphael Glucksmann, ist natürlich ein sehr großer Unterstützung an der Ukraine, wird in dasedoren, vielleicht um die Verteidigung der LFI-Dividuellen Testamentet sein, und ich denke, dass es ein Teil der Lagey Entsendung ist, also das Gleiche Serein darin, dass es in den Ländern auf den Kontinie zu unterstützen, und dann die Verteidigung der Gemeinschaft deränischen Demokratie an ein Landen gegen die Anträge angere Panik und tyrannischen Welt zu beden. Ich denke, dass es für die LFI-Dividuelle reluctantenamoin eine Position vorzum depois ist, in einemotieren Deutschland, die kümler in den Kontinien geschenkt die Frage der Ukraine erzeugt, die St ammonia von der Ukraine zu dem UKräne. Kiew muss sich also erstmal nicht um Frankreich sorgen. Doch eine andere Wahl könnte der Ukraine schlaflose Nächte bereiten. Die Präsidentschaftswahlen in den USA im Herbst.